Als Lehrkraft in Schleswig-Holstein haben Sie Zugriff auf das gesamte Angebot der IQSH-Mediathek, das nicht nur aus Videos, sondern auch aus interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Arbeitsheften, Audiodateien sowie kombinierten Wissenspaketen besteht. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Schülerinnen und Schülern den Zugang zu ausgewählten Unterrichtsmedien datenschutzkonform ermöglichen können. Sie lernen, wie Sie Medienlisten und Lerngruppen anlegen und wie Sie beide miteinander verknüpfen, um als letzten Schritt Zugänge für Ihre Schülerinnen und Schüler zu erzeugen. Um das Unterrichtsmaterial für Ihre spezielle Lerngruppe zusammenzustellen, melden Sie sich zunächst in der Mediathek an und gehen entweder gleich auf die Suche nach Ihren Medien oder Sie legen bereits zuvor eine sogenannte Medienliste an. Hierzu klicken Sie oben rechts auf den Reiter Medienlisten, klicken auf Plus Neue Medienliste und tragen unter Neue Medienliste erstellen einen Namen für Ihre Medienliste ein. Sie können sie zum Beispiel nach dem Unterrichtsthema benennen, um das es gerade in Ihrem Schulfach geht. Klicken Sie auf Erstellen, um die Medienliste zu speichern. Danach gehen Sie über das Lupensymbol zur Suche, um die entsprechenden Medien zu finden. Mit einem Klick auf ein Suchergebnis können Sie Informationen zu Inhalt, didaktischen Hinweisen, der Produktion und Rechten aufrufen und natürlich können Sie sich die jeweiligen Medien auch ansehen. Das Hinzufügen zu Ihrer Medienliste erfolgt mit einem Klick auf das Medienlistensymbol, das aussieht wie ein kleines Lesezeichen. Falls Sie vor Ihrer Suche noch keine Medienliste angelegt haben, ist dieser Schritt auch nachträglich möglich, indem Sie hier den Namen Ihrer Liste eintragen und auf das Pluszeichen klicken. Da die Liste in unserem Fall aber schon existiert, wählen Sie sie einfach aus und fügen Ihr das Medium hinzu. Ihrer Liste dürfen Sie so viele Medien wie Sie möchten hinzufügen. Auch selbst erstellte interaktive Inhalte können hinzugefügt werden. Hierzu klicken Sie oben rechts auf den Reiter H5P und lassen Sie sich Ihre H5P Inhalte anzeigen. Mit Klick auf das Medienlistensymbol können Sie sich aussuchen, zu welcher Liste Ihr Medium hinzugefügt werden soll. Wenn Sie nun Ihre Medienlisten aufrufen, erkennen Sie an den Vorschaubildern und den Anzahl der Medien, dass schon Inhalte in der soeben angelegten Liste vorhanden sind. Der Klick auf die Liste verrät Ihnen, welche das im Einzelnen sind. Falls ein Medium versehentlich hinzugefügt wurde, wählen Sie es aus und löschen es mit einem Klick auf das Papierkorbsymbol und der Bestätigung der Sicherheitsabfrage. Die Medienliste ist fertig. Um die Inhalte nun für Ihre Lerngruppe verfügbar zu machen, müssen Sie eine Klasse bzw. eine Lerngruppe anlegen, Sie mit Ihrer Medienliste verknüpfen und Zugänge generieren. Hierfür klicken Sie zunächst auf den Reiter Lerngruppen und auf das Plus Neue Lerngruppe. Nun tragen Sie bei Name der Lerngruppe die Bezeichnung Ihrer Lerngruppe ein und klicken auf Erstellen. Sie können Ihre Lerngruppe einer Klassenstufe zuordnen. Das Ablaufdatum bezieht sich auf die Zugangsberechtigungen, die Sie gleich erstellen werden. Wenn Sie keine andere Auswahl treffen, laufen diese mit Ende des aktuellen Schuljahres ab. Sie können außerdem entscheiden, ob Sie Ihrer Lerngruppe die Recherche aller Medien in der Mediathek gestatten möchten oder nicht. Und es steht Ihnen frei, eigene Hinweise zur Lerngruppe einzutragen. Notwendig ist allerdings die Verknüpfung von Lerngruppe und Medienliste. Hierfür rufen Sie noch einmal Ihre Medienlisten auf und klicken bei der entsprechenden Medienliste auf das Pfeil-Symbol. Nun können Sie mit dem Schieberegler einstellen, für welche Lerngruppe Ihre Medienliste freigegeben werden soll. Hiermit haben Sie die Verknüpfung zwischen Medienliste und Lerngruppe erstellt. In einem letzten Schritt generieren Sie Zugänge für Ihre Schülerinnen und Schüler, die es Ihnen erlauben, sich in der Mediathek anzumelden und die für Sie erstellte Medienliste einzusehen. Dazu klicken Sie erneut auf Lerngruppen und wählen die entsprechende Gruppe aus. Im Klassenregal können Sie noch einmal die verknüpfte Medienliste sehen. Klicken Sie dann auf Edu-IDs. Als Edu-ID bezeichnet man eine vom System generierte Buchstaben- und Zeichenkombination, die beim sogenannten Schüler-Login einzugeben ist. Es handelt sich um einen nicht öffentlichen Zugangscode, für dessen Erstellung keine personenbezogenen Schülerdaten erfasst werden müssen. Alternativ können sich die Schülerinnen und Schüler durch den Scan eines QR-Codes anmelden. Um QR-Codes und Edu-IDs zu generieren, wählen Sie die Anzahl der gewünschten Zugänge aus. Es empfiehlt sich, pro Lerngruppe nur einen Zugang zu erzeugen, welchen Sie dann zum Beispiel per E-Mail-Verteiler oder auch als Kopie weitergeben können. Sobald Sie auf Zugänge erzeugen, hinzufügen klicken, wird Ihnen die Erstellung des Zugangs oder der Zugänge bestätigt. Sie können nun den QR-Code aufrufen, den Sie mit einem Rechtsklick als Bild speichern oder kopieren können, um ihn im Anschluss zum Beispiel in eine E-Mail einzufügen. Darunter findet sich die Edu-ID, die die Schülerinnen und Schüler beim Login eingeben müssen. Sie können die Edu-ID einfach markieren und mit der rechten Maustaste zur Weiterverwendung kopieren. Mit Klick auf das Druckersymbol ist auch der Ausdruck einer Kopiervorlage möglich. Falls Sie möchten, können Sie den Zugang durch die Eingabe eines Namens personalisieren, was dann sinnvoll sein kann, wenn Sie mehrere Zugänge erzeugt haben. Nun steht der Einladung Ihrer Lerngruppe in die Mediathek nichts mehr im Weg. Und wie sieht der Zugang für die Schülerinnen und Schüler aus? Gehen Sie einfach auf die Seite sh.edupool.de, wählen Sie rechts oben bei Login mit Schülerlogin und melden Sie sich mit der von Ihnen generierten Edu-ID an. Unter Medienlisten können Sie die bereitgestellten Inhalte sehen. Auch der Scan des QR-Codes führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum Ziel.